Die beiden hier schon in einer Gruppe. Christian Bunse und Michael Hurtz. Jetzt schauen wir erstmal auf die 45 Punkte für Bunse. Der sich hier direkt zum Start mal das Break holt in 18 Darts. Auch Hurtz jetzt hier weitere 3 Darts auslässt. Diesmal klappt es mit der großen 9. Doppel 8 für Bunse. 2 zu 0 Führung. Macht den Fehler dort, aber der wird am Ende nicht bestraft. Über gelächelt, aber war da ganz sicher nach einer ganz anderen Reaktion. Das ist der erste Treffer im Doppelfeld für Michael Hurtz. Zweite 6 zu 1 Erfolg von Money Builder, der sich an die Tabellenspitze in der Gruppe D setzt. Gefolgt von Lukas Wenig und Nico Springer, die ebenfalls ihre ersten beiden Partien gewinnen konnten. Und dahinter stehen Stefan Nilles, Jonas Aklovski und René Eidams. Wenn er die große Zahl nicht trifft und sich da selber ins Knie schießt. Das wird ihn ärgern, das muss ihn auch ärgern. Das ist ein guter Marker für Hurtz. Und den kann er perfekt putzen, perfekt angespielt in der Situation. 2 zu 2, das ist der Ausgleich, das ist das Break für Michael Hurtz. Die nächsten drei Darts, die Hurtz am Doppel vorbei wirfen. Beide wirklich mit massiven Problemen in dieser Partie. 21 Darts bereits geworfen von Michael Hurtz. Bunze stellt es wieder um und mit Darts 20 holt er sich hier das Re-Break. Und den Druck bekommt er von Michael Hurtz. 60 Punkte Rest. Aber diesmal behält Bunze die Nerven. 4 zu 2 Führung, bestätigt sein Break. Aber dennoch, je früher man sich dieses positive Gefühl holen kann, umso besser. Ja, das sind tolle Darts hier von Michael Hurtz. Michael Hurtz, das stark von Bunze. Und Hurtz weiß natürlich auch, dieses Leck, dieses siebte, das muss er sich eigentlich holen. Denn wenn es hier 2 zu 5 steht aus seiner Sicht, dann ist die Messe wahrscheinlich gesungen. 12 für die Doppel 20, der ist drin. Gutes Leck hier von Michael Hurtz. 15 Darts. Hier in seiner zweiten Partie den ersten Sieg. Klasse Darts, Klasse Darts von Christian Bunze. 3 Darts für Christian Bunze zum 5 zu 3. Dann wäre er hier nur noch ein Leck entfernt von seinem ersten Sieg in dieser Superleague-Saison. Game Shot, unser 8 Leck, Christian Bunze. Mit dem dritten macht er es wichtig für ihn. 8 Leck, it's Michael to throw first. Game on. Nee. Christian, you require 60. Die er liegen lässt. Und da sieht man es auch an der Reaktion von Michael Hurtz. Es läuft einfach nicht auf die Doppel. Matchstart. Bunze den ersten verpasst. Den zweiten macht er dann 6 zu 3 Erfolg für Christian Bunze gegen Michael Hurtz. Bunze holt sich den ersten Sieg seiner diesjährigen. Das war's für Christian Bunze gegen Michael Hurtz.